guten abend an alle interessierten helfer und unterstützer da draußen das wird heute das schwierigste video was wir für pax terra musica je machen mussten wir müssen euch leider bekannt geben dass die pax terra musica gemeinnützige gmbh in der nächsten woche insolvenz anmelden muss kurze begründung ihr habt so unglaublich viel geld gespendet wir haben wirklich viele dinge bezahlen können wir haben die helfer bezahlen können die künstler bezahlen können einige so einige so vieles ist eben noch nicht bezahlt und trotz der ganzen spenden reicht es eben am ende leider nicht es fehlen jetzt noch 35.000 euro und der verlauf der spenden lässt auch nicht vermuten dass diese dass dieses geld noch in der nächsten absehbaren zeit rein kommt und jetzt kommen halt in den nächsten monaten die rechnungen die gestundet wurden werden einfach fällig und nun ist es leider so weit dass wir es leider nicht mehr aufhalten können und damit ist pax terra musica für 2018 ebenfalls leider nicht möglich wir bedauern dass natürlich zutiefst es war ein großartiges festival und es war eine großartige idee die es wert ist auch weiter getragen zu werden und natürlich werden wir als einzelpersonen als aktivisten auch weiter an der vernetzung arbeiten vielleicht ergibt sich noch mal in den nächsten jahren etwas aber jetzt müssen wir wirklich erstmal sehen dass wir diese situation jetzt abgewickelt bekommen und dann schauen wie wir weitermachen das kommt jetzt alles stück für stück wir möchten euch ganz herzlich danken allen besuchern die dabei waren die dieses festival möglich gemacht haben allen spendern natürlich umso mehr für ihre unterstützung seid euch gewiss euer geld ist nicht einfach irgendwie verschwunden davon wurden wirklich menschen bezahlt die aktiv waren die dort mitgeholfen haben die das auch möglich gemacht haben und nun werden wir sehen wie es weitergeht vielen dank euch allen macht's gut und hoffentlich auf bald